Und dann, das hätte ich auch anders machen können, aber okay. Ich bleibe hier gerade irgendwie andauernd irgendwo hängen. Irgendwas ist da nicht so ganz richtig. So, hier war das, genau. Das heißt, da geht wieder einen hoch und dann schieben wir unseren Astral Körper. Da durch die Erde. Genau. Und hier sind wir ja schon durch. Da unten haben wir noch irgendwas, was wir einsammeln können. Ein lecker Blümchen. Das schenke ich meiner Frau. So, und dann geht's auch wieder zurück. Zurücki. Karotti. Nehmen wir hier die Kohle mit. Und dann würde ich... Hier rüber gehen. So. Gut, und dann können wir eigentlich wirklich... Ähm... Ich bin eigentlich noch fast am überlegen, ob wir da unten nicht sogar Kasematten einbauen. Was dann auch wieder irgendwie bedeutet. So, wir ziehen auf jeden Fall erstmal hier durch. Das ist ja eigentlich jetzt auch ein bisschen doofer, dass ich das so mache. Weil eigentlich wäre es viel sinnvoller gewesen, wenn ich gesagt hätte... Letzte Schaufel, wenn ich das richtig sehe. Eigentlich wäre es viel sinnvoller gewesen, wenn ich gesagt hätte... Ich mach's von oben. Oh ja, gut, es geht. Muss man halt ein bisschen über die Steine hüpfen. Aber es geht. Okay. Aber die anderen, die machen wir wirklich von oben. Ich glaube, das ist fast sinnvoller. Zack und zack. Du kommst weg. Dann kommst du hier auch weg. Zack, zack, zack. Wunderbar. Und zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und hier geht's wieder zurück. So, und dann hätten wir hier jetzt erstmal einen Graben ausgehoben. Das ist übrigens auch wieder so eine lustige Sache. Ein Graben. Das ist natürlich auch wieder sowas, was eine gute Befestigungsanlage natürlich braucht. Aber natürlich vor der Mauer. So, und das heißt, wir bauen jetzt hier erstmal den Graben für die Mauer. Also quasi, wenn man ja irgendwie was Massives baut, dann muss man erstmal eine Grube graben, in die man das Fundament legt. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Verdammt. So, so, und hier geht's rüber, genau. Wunderbar. Und dann können wir hier eigentlich schon wieder kommen. Wenn wir jetzt eh gerade die Erde haben. Es wird schon wieder dunkel, ne? Wenn wir jetzt eh gerade die Erde haben, dann würde ich die eigentlich fast hier mal auffüllen. So. Also. Das würde man dann hier mal so machen. Zack, zack. Also eigentlich fast. So, 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 so. So, dann haben wir das auch geschafft, dann können wir uns jetzt hier schön am Ende der, weil ich, weil, wallachai verlangt Zwiebom, fleff, fleff, ähm, ja, das war wieder zu mutig von mir. So, zack, 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 zack. Schön, wie ich auch immer in die Erde hier reinhüpfe. Zack, und das hier wäre dann ja auch noch aufzufüllen, ne? Genau. So. Wunderbar. Und dann hätten wir da auf jeden Fall, mal abgesehen von der geilen Insel da hinten, ein bisschen ein Gezuppel für uns. Tak, 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 tak. Tak. Er sieht schon wieder ein bisschen dunklig aus, langsam. Tak, 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 tak. Tak. Okay, und dann machen wir das hier so. Mann, waren schon wieder Endermans hier, ey. Das gibt es ja gar nicht. Die machen immer nur Kacke. Schon wieder keine Erde mehr. Sag mal, die geht weg wie nix, ey, die Erde. Ich hab gedacht, wir haben jetzt so viel Erde, die werden wir jetzt bis zum St. Nimmerleins-Tag haben. Aber die ist echt ratzifatzi. Propatzi. So, zack, zack, zack. Du, 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 du. Du, 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 du Du, 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 du kommst weg und du. Und dann kommt hier Erde, 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 Blumen, 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 Apfel, Blume, Blume, Samen. So, dann habe ich meinen Samen in die Kiste gepackt. Und dann gehe ich mal hier runter. Und dann gehe ich da hin. Ja. Und dann düsen wir schon wieder weiter und ich müsste neue Schaufeln basteln, richtig? Ich meine ja. Da können wir eigentlich schon wieder gar nicht so wenige machen. Eins, so, tun wir den mal da hin, tun wir den mal da hin, tun wir den mal da hin. Zwei, drei, vier, fünf. So. Gut. Dann, hier haben wir ja den Graben, ne? Ah, ne. Da wollten wir ja noch... Ah. Okay. Also eigentlich müsste ich dafür aber noch Erde holen. Genau. So, dann würde ich dich noch weg machen. Und dich noch mal weg. Und dann geht die Blume hier auf, hops. Und dann geht das hier weg. Na komm. So, dann machen wir mal hier das Loch voll. Und hier das Loch voll. Und da das Loch voll. Und da... Okay. Noch mehr Erde. Da haben wir ja zum Glück ein bisschen was von. Zack, 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 zack. Aber ich denke, das reicht. So viel Erde brauche ich dann auch nicht mehr. Zack, zack, zack. Und dann flutschen wir nach hinten. Zack, 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 zack. Oder auf Deutsch so, 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 so. So, 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 so. Zack, 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 zack. Ach. Irgendwie komme ich immer mit dem Schiff durcheinander... So, nehmen wir dich dich. Dich 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 dich. Dich, Dich, Dich und Flush. So. Dann sind wir hier. Dann würde ich zu dir sagen, Bämsi, Dämsi, Bumsi, Dumsi, Bimsi, Dimsi, Papumsi. Haben wir jetzt eigentlich alles. Okay. Das heißt, wir gehen wieder auf die Schaufeln. Wir haben hier hinten jetzt unseren Graben. So, und wir kommen da auch nicht mehr ohne weiteres raus. Und dann würden wir wieder Erde sammeln. So. Wunderbar. So, die Löcher da hinten stopfen wir später. Ah, das ist ja, ja, genau. Das ist auch noch Erde. Wunderbar. Okay, dann hätten wir hier auf jeden Fall schon mal einen Graben. Und dann müssten wir hier quasi hoch, hier hoch, da rüber. Neue Schaufel, bitte. So, dann können wir hier eine Tour wieder zurück. Und dann müssen wir hier wieder eine Stufe nach oben. Dann geht's hier wieder runter. Und, zu dumm, zu dumm. Da können wir auch. Tack, 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 tack. Aber hier geht's nochmal kurz nach oben. Dann schubsen wir einfach den kompletten Spaß hier weg. So, und dann geht's sogar hier runter. Das ist gar nicht so schlecht. So. Nächste Schaufel. Gut. Ähm, wo fangen wir an? Da fangen wir an. So. Genau. Und dann geht's hier wieder zurück. Blub, 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 blub Ich habe mich gerade ein bisschen kratzen müssen, deswegen hat es gedauert. Oh, die Schaufeln gehen schon wieder aus. Zack, zack, zack. Wunderbar. Und dann kann man eigentlich sagen, hier, zurück bitte. So, wenn es da Steine gibt, dann machen wir das mal so. Tum-ti-tum-ti-tum. Hier rüber, dann geht es da wieder rum. Und dann geht es da rum. Hier rüber. Und die letzte Schaufel, oder? Die letzte Schaufel, Tatsache. Aber ich glaube, diesen Kanal hier schaffen wir mit der Schaufel. Das müsste kein Problem sein. Und wir können den anderen sogar noch ein bisschen anfangen. Aber nur ein bisschen. So. So. Und dann geht es da rum. Und dann geht es da rum. Und ...